Ah, oh ich bin sogar Misty Hallo liebe Freunde, Willkommen Verbindung unterbrochen LOL Ich hab keine Pistole Ich hab keine Pistole mehr Ich hab keine Pistole mehr Ey, Chris, wer ist, wer ist? Chris, was machst du? Du, bist denn alle da? Ich hatte grad nichts Egal, wer, bin ich Studinger? Weiß ich gar nicht Wer bin ich? Schau mich mal an Du bist, du bist, du bist Du bist uns hier, du bist Der nette, schwarze Martin, nach Rossmann Aber du hast das Original gemacht, Digga? Ja, Leute, ich muss eigentlich mal anbreden Hallo, Willkommen zu einer Black Ops 2 Zombie-Modus-Round auf Buried Ja, wir versuchen hier jetzt das Buried-Design Nachdem wir das Origin-Design erfolgreich gemeistert haben Beim First-Try übrigens, und beim Spontan-First-Try Machen wir jetzt das Buried-Design Auch wenn die End-Sequenz gebuckt hat Ja, Leute, sorry, also die End-Sequenz Wir werden das Buried-Äh, das Origin-Design nochmal machen Wo wir dann die End-Sequenz auch zeigen Scheiße Also, ihr habt's ja selber in der Aufnahme gesehen Es hat gebuckt Wir haben alles gemacht Wir hatten alle den Erfolg schon Samantha Befreien halt bekommen Bei Steam Also, wir hätten's Wir haben's eigentlich geschafft Nur die End-Sequenz hat halt gebuckt Wir konnten sie nicht auslösen Und Ja, jetzt machen wir auf jeden Fall das Buried-Design Toxic ist da Der Titten hat Ne? Erst misst die Erst misst die Das ist die Das ist die So, das ist die Motivation für alle Und Alles leid Alles leid Hallo Ähm, mach das Maximaler Munition Äh, ich möchte mal kurz an euch alle Da ich ja den Richtofen hier reden höre, ne? Wär's glaub ich günstig, wenn, ja, am besten, dass ich das Das ist doch besser, wenn ich das alles höre, oder? Ja Deswegen Warte, ich mach die Sprachlaustärke einfach lauter Warte mal kurz Momentan musst du nur die Kontrolle über den überirdischen Tor Ja, nice one Okay, ich hab noch Sniperpunkte Ich verdiene immer wieder Ja, chill, chill mal kurz Also, gar kein Druck denn? Äh Die erforderlichen Komponenten für die Energieleitung zum Speisen des Turms sind alle hier zu finden Ah, mehr mach ich gleich weiter Wenn du sie findest, achte darauf, dass niemand mit ihnen Maxis hilft So, Jungs, ich hab jetzt die Sprachlaustärke auf 100 Heißt also, sobald, äh, Richtofen spricht, kann man uns, geschweige denn, mich, geschweige denn, mich kaum verstehen Gut Auch wirklich, ich krieg die ja nicht mehr, Mann Machst du ja erstmal festnageln, Junge Naja, fuck, scheiße Ist sie jetzt schon weg, oder was? Nö, nö, nö Schrause Alter Ach, Sprachlaustärke gehört ja auch dann die Magie dazu und, und die Charaktere selbst Ach Gottchen, oh fuck Komm her, Leroy Ich hab ne Aufgaben für dich Du musst tun, was ich sage, Samuel Es ist sehr wichtig Es ist sehr wichtig Schnell genug mit, also bitte Ja Äh, apropos, äh, Leroy Warte mal Du musst so langsam sein Danke So Komm mal schneller mit, Leroy So, äh, Zombie Danke für deine wertvollen Punkte Ähm Ja, ich würd's, also Wie gesagt, jetzt macht bloß nicht zu viel, jetzt auf einmal Also nicht so hohe Runde Jetzt zu den, die Zombies, macht erstmal alles, was, 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 was ihr könnt, ohne zu töten Ja, ich Äh, wollt ich mir nicht Leroy schnappen, ja, oder? Eigentlich schon Hä? Eigentlich wollt ich mir nicht Leroy schnappen Ja, ich hab's jetzt einfach so gemacht Ja, deswegen, 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 ich hab's, ich Ja, ich mach schon Lass, es ist ja kein Problem Alter Lass mich Oh nein, also, den kannst du echt nicht Jetzt sterb mir die gleich weg, Jungs Oh Ja, schon, weg mich halt, du bist um jeden Spaß Ja, das war grad, wie gibt's viele Zombies bei mir Okay, gut Ist Jugger schon frei? Äh, du bist du rausgetappt, oder was? Nein Hä? Du wolltest dich doch um ihn kümmern Wer wollte ich um ihn kümmern? Du sollst dich um ihn kümmern, dir soll Jugger frei sein Ja, aber wenn ihr schon anfangen, ich meine nur Alter, John, ich hab nur eine Sache gemacht Ja, ist kein Problem, so, bitte keine Zombies mehr töten Ich wäre euch sehr, 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 sehr verbunden Alter, ich hasse dich, John Was bist du gewesen? Keine Zombies töten Bitte Ja Ja Na du oder ich bin Außer den letzten hier sieben und sie haben sich geleift Frage, wenn du mich fragst John Oh Das ist ein Spaß So, Liroy kommt mit Liroy im Weg stellen ist übrigens gefährlich sich Liroy im Weg zu stellen, so Liroy im Weg stellen John, das ist doch bis zum Flugzeug gewesen Was? Klappt doch, du hast die will schon Jugga ist frei, Jungs Jugga ist frei, Jungs Ehhh, Macarena Jetzt lässt er mich echt alleine mit dem Scheißding Habt ihr die Kiste, Hulk, habt ihr die Kiste festgebackt, bevor die Ja, hab ich noch Ja, sorry, ich frag nur noch mal Jetzt hau ab, Alter Jetzt, ich bin dran Nein, du bist gerade abgehauen mit der Scheißwaffe Ich hab nur, ich hab mir Scheiß Jugga geholt Uh, der auch Jugga Hab mein Messer wieder verloren Hallo Jugga ist recht Was bist du? Du hast meine Worte Du hast meine Worte Ich hab dir recht Nein, wir müssen dir geben Wer hat den Para, wer hat den Para Niemand, weil ich da bei denen, aber die halten mich auf Ja, Pech Was hab ich denn, der Ding ist hier drin eigentlich, im Schrank Ey, würd's nicht mal Wird schon eher Äh, Jungs Ich habe den Navcard-Table zwar schon mal gebaut für mich selber, aber ist der jetzt, ist der jetzt trotzdem noch ganz Keine Ahnung Hier muss man immer wieder neu bauen Lass mich mal kurz meine Waffe schnell fahren Äh, falsche, äh, das ist falsch, Chris, der bleibt gespeichert Wenn du den Baus-Pleppler gespeichert Auch Spiel über 30 Ja, allerdings haben hier einige von uns die nicht, deswegen ist er nicht da Deswegen ist er nicht da Boah, ey, ich geh fest zum Mann Jungs, ich bau den dann, okay? Darf ich den dann bauen, bitte? Wo nimmst du die Toxic? Gott, ich brauch den, äh, die Ballistiken Oh, Alter Ja Ich werde dich verschossen Hey, Nimm mal Ey, John Ey, nicht meckern hier, ohne Scheiß Jetzt bleibt mal alle, ganz gepflegt Oh, du Kannst du einfach zu dir? Mach doch Na, alle jetzt Ich sag Alle jetzt ruhig bleiben, okay? Wir sind hierrunde drei, ja, so, wir haben alle Geld Alles ist gut Ich hasse dich, John Du bist so eng Warum? Was ist denn lo- Was ist denn wieder passiert? dass wir euch schon wieder hassen müsst, ey. Alter, John, lass mich. Gott, John, lass ihn da schnell machen. Da kannst du ja schnell die Kiste annehmen. Mich würde es mal interessieren, hab ich noch? Ich hab... Ernsthaft, John. Ja, ich hasse dich. Ohne Witz, ich hasse dich. Oh, ich hab's gerade bekommen. Ja, ich hasse euch. Hört auf, euch gegenseitig jetzt fertig zu machen. Nur wegen dem scheiß Persistent-Perk oder was auch immer. Alter, ich will ein Para. Der Para hat hiermit gerade schon gezogen. Ja, ich weiß. Wer hat hier gezogen? Ich hasse euch ja. Wer hat hier gezogen? Wack, du, man. Scheiß, wer hat der John mich nie an die Kiste lassen? Ja, ganz... Alter, chill doch mal wegen dem Para. Weißt du, ich find den Para gar nicht so geil. Ich find... Ich will den aber einmal haben, ich hab den nie. Dann spiel doch mal alleine, Christen auch. Allein ist voll langweilig. Toll ausgehen. Ich will nicht rum. Doch, tu ich, ich weiß, mich ankautzt. Ja, doch, auf die Zombies gekriegt. Ja, das ist einfach zwei Zombies sind. So, Gaia-Elex, hier ist frei, Jungs. Ja, Gaia. Brauch mal. Wichtig. Ja, auf die Kiste leuchtet. Wie leuchtet? Achso, achso, er leuchtet. Ja, ja, genau, du bumsst die Kugel, ich weiß. Okay. Ja, ist auch schon frei. Nice, man. Alles ist schon mit ihm frei, weil ich gerade den Erfolg bekommen hab. Ah, siehste, wunderbar. Hab ich alles geschafft. Freue ich mich ja. Ja, und wo baut man den Levka-Tables zusammen? Warte, darf ich das bitte machen? Oder mit Chris zusammen, darf ich das bitte? Chris, komm zum, komm zum Waffen-Dings. Zum Waffen-Kreide. Was zum Teufel soll ich denn damit anfangen? Hier, so, komm mit. So, du nimmst dir hier einfach irgendeinen Teil, nimm dir hier irgendeinen Teil. Hier liegen, hier liegen, hier liegen alle, alle hier irgendwo. Ja, genau, nimm den Kasten, komm mit. Nein, wir müssen durchs Hexenhaus gehen. Ah, fuck. Äh. Ich brauch erstmal ne Waffe, komm mit. Ich brauch ne anständige Waffe. Äh, ist doch kein Problem, wenn wir das Hexenhaus latschen, oder? Ne, oder? Äh, habt ihr schon alle gepowert, alle Teile? Oh, zack. Das ist halt schon montiert. Ich hab ein... Ich hab die Antenne auch schon auf dem Geigen. Achso, ja, genau, wie viele Teile hast du halt schon dran, ne? Warte, die Antenne. Geht grad nicht. Warum? Manu, kannst du im Kreis rennen, ich geh auch so drohen. Ey, das wollte ich grad machen. Ja. Ich hab gerade nämlich Teile voll, deswegen kann ich da nicht noch. Wenn ich so darüber nachdenke, ich nehm was. Ja, ne, passt schon. Also ich glaub, ich bin für mein Teil fertig, weil ich mach schon den Mumu-Kick. Den Mumu-Kick? Äh, wie viele Teile hast du jetzt schon dran, da allerdings? Noch ein... welches Teil... Ah, ich weiß welches Teil fällt, glaub ich. Lass mich raten, die Satellitenschüssel hast du noch nicht? Doch, Satellitenschüssel hab ich dran, noch ganz am Anfang. Was fehlten dir, der Kristallkugel oder was? Ich geh ich gerne frei. Ich weiß, woran. Okay, Leute. Lage ich jetzt richtig oder was? Kabeltrommel? Oh, puh. Lage ich jetzt richtig oder was mit dem Kristall? Nein, ich hab... Nein, nein, ich hab grad was bekommen. Ich komm gleich mit euch mit durch den Messer. Ja, ich komm auch gleich. Äh, hallo, letzte Teil, wo, was? Also, warte mal, was ist dran? Ja, ich weiß, es war nicht, ich guck's selber. Also, Satellitenschüssel ist dran, Kabelroll ist dran, Kristall ist da, ja, die Antenne fehlt. Ich hol die Antenne. Ach stimmt, Satellitenschüssel hab ich dann gemacht. Ja, ja, die Antenne hol ich jetzt. Ja. Hä, die ist ja auch nicht mehr. Doch, hier ist sie. Das tausch ich dir, das. Wo liegt sie jetzt? Beallt euch, Leute, ich will... Ihr müsst mir sagen, bevor ihr loslernen wollt, weil ich will mein fünftes Perk bekommen. Chillt doch mal. Wir können doch warten, bis einer Timebomb hat, oder nicht? Ich hab doch... Krieg mal zwei Perks. Wer, wer hat die Timebomb? Ich, der Chris. Gut, Chris, du weißt ja, wie es funktioniert, ne? Ja, ja. Ja, ist doch alles gut. Siehst du, dann kriegst du zwei Perks, dann scheiß doch auf das scheiß Ballistik-Perk. Ach, den, Dunkelheit. Ach, den, ach, den, ach. Alter, du kannst doch die AMR anständig abnehmen, oder? Ich kann doch untergehen, man. Dann machst du dein Zeig alleine. Ja, wirklich doch. Hört doch mal auf, nicht zu streiten, Mann. So was hasse ich für die Pest. Ich verwende jetzt gerade Hilfe. Leute, Leute, ich laufe als Erster durchs Hexenhaus, okay? Wieso alleine? Wieso lässt du alleine? Andere Frage, wieso lässt du überhaupt alleine? Weil ich das schon aktiviert habe, das Perk. Warte, 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 warte. Wenn mehrere laufen, dann kommen mehrere Hexen. Die kommen alle raus, Liga, das weißt du schon. Die kommen alle raus. Ja, und da geht's los. Oh, Mann. Und da klauen sie Geld, und da klauen sie Geld. Ihr kommt, Hexen. Kommt ihr, danke. Ja, ich werde, ich werde hart, ich werde hart beklaut. Harry, du bist bei mir, Alter. Alter, ich seh nix. Sag, wenn ich die Time-Home schmeißen kann. Ja, genau, stimmt. Bist du schon vorm Urgarten gewesen, Digga? Toxic. Ich bin beim Urgarten schon gewesen. Schmeiß einfach. Ne, warte nicht. Ne, ne, warte. Ne, 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 ne. Du musst da warten, bis der scheiß Perk liegt. Ne, oder? Ne, wie ist denn das? Nein, nein, nein. Vorm, vorm, vorm. Schmeiß jetzt. Genau, jetzt schmeiß, schmeiß. Jetzt schmeiß. Okay, hab's geschmissen. So, wenn das Perk droppt, egal bei wem. Nicht einsammeln, ja. Nicht einsammeln, nicht. Ich hoffe, ich lauf da nicht rein. Gut, okay. Ich bin draußen. Wo seid ihr? Ich liege, ich bin jetzt bei dem, bei der letzten Kugel. Der letzte Kugel heißt? Kommt, kommt mal alle zur Kiste am besten. Hä? Okay, willst du, hast du nicht aufgehört in der Technik? Ähm, folgendes. Eine läuft, eine läuft mir bestimmt noch nach Warten. Nein, nein, läuft sie nicht. Ich kenn den Bug. Ich kenn den Bug. Nein, nein. Oh, oh, ah, sie ist es. Okay, zünd, 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 zünd. Nein, was soll ich denn das scheinchen? Adi, rennt sofort an. Ja, deswegen, du hättest jetzt nicht, äh, die Kugel, naja, egal. Ich hab nicht mehr so, weiß, wo sie es da wieder kommt. Töte sie. Äh, jetzt kommt gleich hier bei mir nochmal. Nee, jetzt, irgendwie, ja. Ohne Scheiß, ich wette, dass jetzt wieder der unendliche Hexenspawn losgeht. Ich wette es mit euch, ich wette es. Die Laterne ist da. Oh, ich hole sie. Darf ich sie bitte holen? Bitte, bitte, bitte. Ja, hier. Nimm die Lampe, sie ist bestimmt harmlos. Ich sag mal, aber ich kann das einfach zu gut. Ja, äh. Ja. Oh, geil, okay. Gehen wir alle zusammen ins Sexhaus? Äh, ja, hier liegt noch, hier liegt noch ein Teil für die Neff-Card. Wie bei mir. Ja, das muss Dings aufheben, Chris, oder? Äh, wir haben unsere Teil noch nicht mehr angeboten. Habt ihr alles schon teilen, oder was? Nein. Jetzt bleib doch mal ganz unruhig. So, Chris, kommst du bitte zu Random? Soll ich unruhig bleiben, okay. Wohin? Ja, Mann, nicht unruhig. Na, zu Random. Einfach zu Random kommen. Random? Random Kiste. Alter, was verstehst du daran nicht? Wenn ich sage Random, ja, es ist doch wohl klar. Ja, ich bin bei Kiste. Ja, warte, lass mich noch ein paar Mal spüren. Ich will hier mein Ballstück jetzt noch zu erschweren. Hol dir die Weppin da raus. Ich will noch mal Trun gehen, bitte. Ja, wir hatten nur die Wunde, Ben. Das war durch die Hexen jetzt. Oh, ne Galil, wunderbar. So, ich will nur noch ne DSR haben. Ich will nur noch ne DSR. Ja, danke. Ey, für was willst du denn ne DSR haben? Sniper, punchen, voll. Ey, was war das denn jetzt? Höh, was war das denn jetzt? Die Rache ist meiiin! Äh, Chris, du hast ein Teil noch, ja? Ich hab's Teil, ja, ja. Ja, okay. Kann ich wieder ran? Ja, nö. Auf was truchst du gerade, Chris? Auf Rager. Ach so. Könnt ich bitte kurz ran? Das ist meine. Ich werde versuchen, nicht zu zeigen, wie glücklich ich damit hätte. Boah, ich kriege schon lange der Digger R würde jetzt fahren. 福